Dieser KIA ist aus dem Baujahr 2019. Es lohnt sich, ihn einmal genauer anzuschauen. Der Antrieb wird von einem Benzinmotor geleistet und einer Automatik. Im Fahrzeuginnern dieses KIA finden Sie unter anderem eine Klimaautomatik, einen Regensensor und einen Bordcomputer. Möchten Sie mehr über dieses Auto wissen? Dann kontaktieren Sie uns für eine Probefahrt.